Wir haben gerne einen Sketch gespielt, zusammen mit Toni Brunner, den kennen Sie, kann leider nicht kommen. Er hat sich entschuldigt. Er ist gestern Nacht, morgen am 1 Uhr, in eine Polizeikontrolle reinkommen. Das beschäftigt ihn nicht. Die haben ihn angehalten, er hat die Scheiben runtergetragen. Er hat sich sofort vorgestellt, er hat gesagt, ich bin Toni Brunner, ich bin der SVP-Präsident, ich komme nach einer Sitzung, ich habe keinen Alkohol getrunken. Die Polizei hat gesagt, wir glauben Ihnen, Herr Brunner, Sie müssen nicht ins Röhrchenblasen, Sie können einfach weiterfahren. Hey, kurz daraufhin haben Sie es nochmals angehalten. Er wieder Scheiben runter, Brunner, SVP, nichts getrunken, sagt der Polizist, wir kennen die Geschichte, fahren Sie einfach weiter. Hey, allen guten Dingen sind drei, ist der nochmals in eine solche Polizeikontrolle reinkommen? Bei Toni Brunner, kein Alkohol getrunken, SVP, sagt der Polizist, wir kennen die Geschichte, Herr Brunner. Aber machen Sie uns einen Gefallen und fahren Sie jetzt endlich zu diesem Kreis raus. Welche? Ja. Ja. Ja.